Liebe Ferraldorferinnen, liebe Ferraldorfer, der Bundesrat hat am 16. März 2020 die ausserordentliche Lage erklärt und verschiedene Notmassnahmen ergriffen. Unter anderem sind jetzt die Restaurants, Bars sowie die Läden geschlossen. Läden, die Lebensmittel verkaufen können. Viele von uns arbeiten im Homeoffice oder müssen zu Hause bleiben, weil der Betrieb geschlossen ist oder runtergefahren worden ist. Auch die Schulen bleiben zu. Die Gemeinsverwaltung bietet aber ein Grundangebot an Dienstleistungen an, jedoch zu reduzierten Öffnungszeiten. Ferraldorf glaubt an die Zukunft. Das hat einmal einer meiner Vorgängern gesagt. Ich glaube fest daran, dass wir aus dieser Situation gestärkt hervorgehen tun. Krisen sind immer auch Chancen. Auch der Gemeinderat glaubt an die Zukunft, indem er nämlich das Projekt der Mehrzweckhalle mit dem Lehrschwinbecki weiter vorantreibt. Das ist der Beitrag von Ferraldorf an Konjunkturmassnahmen, die wirklich neugierig sein werden. Empfehlungen vom Bundesrat. Bleiben Sie bei Hause, insbesondere wenn Sie alt und krank sind. Es sei denn, Sie müssen zum Arzt gehen oder Sie können von zu Hause aus arbeiten. Sie müssen zur Arbeit gehen oder in die Apotheke. Sie müssen Lebensmittel kaufen oder jemand anderem helfen. Bleiben Sie gesund. Schützen Sie sich selber. Schikan sie sich selber. SchNER